Vom 24.10. bis 30.11.2016 veranstalten wir die Gewinnspielaktion Immer und überall einchecken und Reise nach überall gewinnen. Dabei gibt es 10 Reisegutscheine im Wert von je 6.000 Euro zu gewinnen. Was haben Sie davon? Zum einen kommen Sie mit Kunden, Mitgliedern und potenziellen Neukunden ins Gespräch und können einen Beratungstermin mit Ihnen vereinbaren. Zum anderen fallen für Sie keine weiteren Kosten an, da der Gewinn aus dem bundesweiten Werbefonds bezahlt wird. Phase 1. Kommunizieren Sie das Gewinnspiel intern in Ihrer Bank. Phase 2. Machen Sie die Aktion bei Kunden, Mitgliedern und Nichtkunden bekannt. Nutzen Sie hierfür die vorbereiteten Werbemittel. Phase 3. Füllen Sie die Bordkarte gemeinsam mit den Teilnehmern aus oder helfen Sie dabei. Phase 4. Führen Sie ein kurzes Gespräch mit dem Teilnehmer. Bieten Sie ihm auch einen Beratungstermin an. Phase 5. Sammeln Sie die ausgefüllten Bordkarten, stempeln Sie sie auf der Rückseite ab und schicken Sie sie bis zum 12.12.2016 an die Genocom. Phase 6. Anfang Januar werden die Gewinnerbanken vom BVR informiert. Die Gewinnerbanken informieren wiederum die Gewinner. Phase 7. Unsere Empfehlung für Sie, lassen Sie allen Gewinnern ein Follow-up-Mailing zukommen. Je nach Einwilligung des Teilnehmers mit oder ohne werbliche Maßnahmen. Phase 8. Die Gewinner können Ihren Gewinn mit RV-Touristik einlösen. Viel Erfolg! Weitere Informationen finden Sie im Gewinnspiel Leitfaden. Was Sie heißt, die Gewinner, your life hacks und adventures did Sie sich hier in der Sendung verwenden? À ich Tube-L abuse. einigededans, streố pessoal zum Ausführer 1. Bis Budd 경 이지 desde 2015. wizard workshop вам gemacht 's